Hallo Leute, ich wollte euch nur kurz sagen, dass bald eine riesige Kanalveränderung stattfinden wird, die wirklich einen grossen Teil meines Lebens verändert, also wirklich. Und das ist eine Veränderung, die werde ich euch bald sagen. Also am Sonntag oder am Samstag werde ich es euch sagen und dann werdet ihr sehen, was es ist. Ich glaube, man sieht mich da in der Spiegelung ein bisschen, aber nur ganz wenig. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, eher morgen oder so. Keine Ahnung, XT.